Der FC Bayern München ist mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet. Beim 3-1-Auswärtssieg bei der TSG 1899 Hoffenheim sendete der deutsche Rekordmeister vor allem in der ersten Halbzeit ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Auch Trainer Niko Kovac konnte seinen zahlreichen Kritikern durch einen taktischen Kniff vorerst den Wind aus den Segeln nehmen. Beim Spiel gegen die Nagelsmann-Elf konnten Niko Kovac seinen Trainerkollegen durch einen taktischen Schachzug ziemlich in die Bredouille bringen. So durfte sich Leon Goretzka als Zähne beweisen. Der deutsche Nationalspieler erfüllte die Aufgabe mit Bravour und war nicht nur wegen seinen beiden Treffern der Spieler des Spiels. Für James Rodriguez durfte die Luft also immer dünner werden. Zum ersten Mal seit einigen Jahren starteten die Bayern nicht als Herbstmeister in eine Rückrunde. Dabei zeigten sich die Münchner aber keineswegs gelähmt, sondern sehr angriffslustig. Trainer Niko Kovac war daher nach der Partie mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir sind da, wir sind präsent. Wir werden den BVB jagen und wollen irgendwann vorbeiziehen, so laut Sport. D. Die Kampfansage des Bayern-Trainers. Die Bayern konnten beim Gastspiel in Sinsheim sofort unter Beweis stellen, wer an diesem Abend die Hosen anhat. So konnten die Gastgeber nur kaum ihre Spielidee ausleben und wurden von den Münchner tief in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Diese gefürchtetse Dominanz konnte der amtierende Meister in dieser Intensität in der Hinrunde nur selten auf den Rasen bringen. Dass die Entwicklung der Bayern noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigte phasenweise die zweite Halbzeit auf. Durch einige Unkonzentriertheiten verloren die Münchner zwischenzeitlich die Kontrolle über die Partie und mussten nach dem Anschlusstreffer kurz zittern. Positiv war dabei jedoch, dass die Mannschaft wieder die Kurve kriegte und mit dem 3 zu 1 alles klar machte. Niklas Süle ist bereits seit geraumer Zeit in der Innenverteidigung der Bayern gesetzt und der sprintstarke Abwehrspieler machte auch beim Spiel gegen Hoffenheim eine gute Figur. Im internen Kampf um den zweiten Platz in der Abwehrzentrale, konnte sich Mats Hummels gegen Jérôme Boateng durchsetzen. Der 30-Jährige bestätigte Kovac in seiner Einschätzung und strahlte eine große Ruhe aus. Um ein Haar hätte der deutsche Zedema ein Tor erzielt. Manuel Neuer konnte in der Hinrunde nicht wirklich überzeugen. Nicht nur die blanken Statistiken zeigten dabei auf, dass der mehrfache Welterhüter noch nicht wieder der Alte war. Gegen die TSG konnte der Nationalspieler nun jedoch ein dickes Ausrufezeichen setzen. In der ersten Halbzeit noch selten gefordert, waren seine Spieleröffnungen bereits eine Augenweide. In der zweiten Spielhälfte konnte er zudem mit einigen Glanzparaden aufwarten. Die 2022 Das ist die quiere beteiligten Nachjourning. Für die letztenste Halbzeit noch lecker Sie ein hoffen. Geschmiert mit uns über 20 Haaren hÖr! Untertitelung des ZDF für funk, 2017